Und ich hielt hier meine gefüllte, mit Controller bewaffnete Hand vor sich Flasche. Diesmal keine Leere. Hin! Ich kann die Frau über die angucken! Und tschüss! Ich sag doch, durch ein mieses Schicksal zusammengebunden. Oder sowas wie Alisha möchte keiner haben. Na ja, Leila hat ja schon relativ entsetzt geguckt. Nein, das machen wir jetzt in aller Öffentlichkeit! Was schießt ihr jetzt durch den Kopf? Möchtest du deine Zubehörteile festlegen? Ich geh einfach wieder draus. Ich seh nur kurz keine Unterne. Ich weiß nicht, was das soll. Oh! Vermutlich erklären sie dir jetzt, dass du dir deine Set-Aus-Sets speichern kannst. Ja, wahrscheinlich. Oh, jetzt geht mir mal nicht richtig! Oh! Ja! Ja! Ich habe das Gefühl. Ich muss nicht nur genau sagen. Ich habe das Gefühl. Ich muss das wissen. Was ist das? Was hast du zu tun? Nein, du hast du! Drei! Das ist die Mannschaft von Alisa Riefda. Man weiß nicht, was du? Sie haben ihn verletzelt. Ich habe eine Beleidung. Sie haben mich verletzelt. Du wirst, was ich? Das war ein Beleidung? Das ist ja. Nein, es ist nicht zu sein. Ich verstehe. Ich habe den Hügel-Hümmel nicht die Hümmelung. Ich habe den Hümmelung. Ich habe ihn nicht mehr. Ja. Oh, halt bloß ein Glück, dass sie mich hier los anhalten und Alicia anpacken muss. Oh, halt bloß. Auf nach Pentrago! Die haben die größte Bühne! Die haben auch, glaube ich, die einzigen, die eine Bühne haben. Sitzt sofort deine Brille wieder auf! Hätte er doch rummutscheln sollen. Also... Die buschigen Augenbrauen. Und dann die Entenschwanzfrisur. Und die Streberbrille müsste das sein, oder? Ne, das war die alberne Brille. Und dann haben wir wieder den... Und die hat auch die Kleidung als er andere hat. Oh, ist sie nicht so! Das sagt sofort, ich bin die allseits beliebte Prinzessin Alicia-Difter! Raubt mich aus! Raubt mich aus! Auf jeden Fall! Steht ihr prima! Oh, Alicia, du... ...munteres Rehlein, du... Reh? Na klar, für mich ist die jetzt ein munteres Rehlein! So, wo hatten wir diesen komischen... ...eine paar... ... ihre komische Hütchen? Das hat zwei Punkte. Stimmt! Näh! Kannste knicken! Ähm... Charaktere? Ich glaube... Du musst es noch umwechseln! Du musst es noch umwechseln! Genau! Jetzt ist der Flöpfrig! Du hast doch von Gottodin gehört, nicht? Die Kräutermäsin aus dieser Region hilft ergeblich wirklich! Was? Was? Erstmal verhalte ich mich in der Stadt einfach normal! Bin gut! Die Versuche der Extremisten in Marlet und Lasten sind gescheitert! Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie dich in der Stadt behelligen! Konzentri... Blablablabla... Zunächst mal läuft die Reisevorbereitung! Und über unsere Köderaktion können wir uns immer noch klack machen! Uuuuuh! Sicher ist es lästig, in diesen Kleidern herumzulaufen! Ist es wirklich so viel schwerer, als sich in deine Errüstung zu bewegen? Und vielleicht irgendetwas brauchst du, ich weiß nicht! Die Topaze sind eine angesagte Ware! Die Topaze! Topaze, Topaze, Topaze! Offenbar zirkuliert in der Kaiserlichen Hauptstadt neuerdings dieses Elixier auf, das wirklich echt ist! Topaze sind eine angesagte Ware! Die sind auch günstiger geworden! Wenn die so angesagt sind, warum werden die dann günstiger? Weil... Nachfragen und Angebote? Sachen aus Heiden sind der letzte Schrei! Waren Topaze! Sollten wir vielleicht Gummis oder sowas einkaufen? Ja, haben wir noch! Eben! Dein Gesicht! Dein Gesicht! Ich glaube, mit Versiegeln ist Edna nicht gut! Ich versuche, wie? Okay! Ich versuche, wie? Klee, Klee! Klee, Klee! Wir wollen mehr Klee! Hallo! Hallo, Treston! Du bist klein! Ist auch der Sohn nur! Das ist Treston Junior! Oh, die haben jetzt hier auch Traubengummis! Ja, was sollen sie auch machen? Allheilmittel haben wir noch... Was war's? Für niemanden! Ist auch nicht besser! Nee! 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 Das Band des Kosmos! Du bist Stammkunde! Ja! Topaz haben sie wirklich sehr viel mit! Mhm! Ja, ähm... Satz für nix! War wohl nix! Gib mir mein Band des Kosmos! Kosmos! Ist noch was zum Trinken da? NEIN! Ich bin ein Band des Kosmos! Das haben wir ja gar nicht gekauft! Oh Mann! Na gut, dann gehen wir wieder! Stimmt, die waren beide noch da! Guck mal an! Aber es ist so kosmotisch! Und kosmetisch! Und kosmetisch! Nicht osmotisch! Ich weiß nicht, was für einen osmotischen Druck so ein Band hat! Der gefürcht... Die gefürchtete Pyjama-Part! Was?! Woher kämmt sie so wie? So gut! Wir haben sie mal 10 Minuten gesehen oder so! Vergiss es! Die schlagen alle in ihren Klamotten! Was? Sprachverarbeitungsfähigkeiten werden nicht gesteigert! Das ist eine... ...mammlung! Das ist ein... ...und wirklich etwas... ...und wirklich ein... ...und wirklich ein... ...er, ja... ...und du siehst, es ist sehr gut! Du hast sie aufgetreten, oder? Dieses... ...dull ist es... ...und du siehst? Ich glaube, ich glaube, das. Das hat mich zufrieden! Da sind Leute bei Rylus zu Hause. Ja, warum? Ich bin nicht da! Und Monster sind unterwegs nicht viele. Wir sehen sie noch nicht. Da, ich sehe eins! Links! Auf der Karte. Ich sehe eins, ich auch, aber es gehört dahin, es ist in der Mitte des Bildschirms! Töte dieses Monster! Ach stimmt, ich kann ja gar nicht... Wind haben wir nicht. Wind haben wir nicht, so ein Quatsch! Ich hab bestimmt will. Ja, da, da! Du kannst doch irgendwann, wie gesagt, zwei Leiler sind. Du kannst es auch umlegen. Ich bin halt auch clever. Moment. Äh... Oder die angucken? Ja, ich bin ganz besser, dass ich noches Das alles 힘� living за einem Tag!" Oh ja! Jetzt vermute ich... Äh, wir haben keinen Bock mehr! Äh, wir haben keinen Bock mehr! Äh, wir haben keinen Bock mehr! Ich den Kampf für Ende! AP um 1 erhöht. Oh! Ja, AP! Äh, warte mal, da hatten wir, hatten wir, hatten wir! Wir haben keine neue Fähigkeiten gelernt, die sie gehalten. Kiste! Monster! Monster! Ich auch. Monsterkisten! Meinerfalls etwas anderes als das in der Mitte! Kistenmonster! Silvan! Ich hab auch den Baum gesehen! Haben wir eigentlich mittlerweile einen Goldschlüssel? Nee... Den habt ihr nie gefunden. Eben. Oooh, ich geh jetzt gucken, was bei Dir zuhause für Leute sind! Ja, ist in Ordnung. Interessiert mich mehr als Dich. Warum? Weil... Weil wegen der Sicherheit! von die Milch! Und Baum! Hey! Wir reden nicht mit dir! Hat uns der Boss verboten! Welcher Boss? Nein, der hinter dir läuft. Aber das sage ich dir nicht. Im Nachhinein haben sie mir das verboten. Wollt mo... Wollt euch? Mach dir keine Sorgen wegen Fino! Sie hat meinen Segen! Und Heilfrin kommt gelegentlich vorbei! Sie sieht ihn ja doch! Ja gut, inzwischen ist auch wieder Provisor. Da ist was dran. John! Ihr alle! Es tut mir so leid! Es wird zur Zeit dauern, bis sie akzeptieren kann, was geschehen ist. Aber bis dahin braucht sie jemanden, der für sie sorgt und ihr hilft. Also Alicia, möchtest du hierbleiben und diese Rolle übernehmen? Oh ja! Ich werde in den neuen Provisor des Bosses. Hey, kommst du hier nicht rein! Stimmt! Ach du, Mrs. Rose! Shino ist gerade fort, um ein paar wichtige Dinge für uns zu besorgen. Was ist denn? Du hast doch hier nichts vergessen! Nee! Abgesperrt! Rose ist so fies zu mir! Ich darf nicht in ihre geheime Höhle! Also Alicia darf nicht in Rose geheime Höhle, meinetwegen. Dafür darf Edna ihre Finger in die Taschen von Rose Kollegen stecken. Was sind ihre Angestellten? Eben, Rose ist der Boss! Rose ist so hier, Mafia, der Pate! Die Patin! Sie macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst! Ach, da gibt's ein Fragezeichen! Oh nein, wie seltsam! Und lauter grüne Punkte auf der Karte! Was? Was? Was ist neu leer? Das ist das gleiche wie gerade, oder? Hat sich noch ein paar Arz? Ist egal! Ich hab mehr Arz, als du gebrauchen kannst! Ich will sie ja nicht lange spüren! Die sch freien! Die Schreie will sein! Die Schreie will dann aber nicht nur eine Entschrift! Ich bin sie doch nicht! Die Schreie will dann practise, die Schreie will dann zurück, aber die sie verstanden werden! Sie können nicht nur die Schreie gewinnen! Sie können nicht nur die Zeugabe sein! Sie können nicht nur die Schreie be sandwiches! Sie können nicht nur die Schreie hin, oder sie können nicht nur die Schreie weg werden! Sie können nicht nur die Schreie,就可以 versichtlich etwas zu schreien! Oh, wir kosten den genüsslich aus. Oh, wie genüsslich ich konnte den sie koste. Wofür schmeckt er denn? Erdbeer. Richtig, hätte Mango gesagt. Wofür schmeckt er denn? Wofür schmeckt er denn? Der Finsternis. Heilige Akane. Dann bleibt ihr noch alles an. Das Heilige der Finsternis. Heilige Akane. Heilmittel, Tränke des Lebens der Finsternis. Mit Traubengeschmack. Genau. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Hoi. Hoi. Wann ist diese Höhle aufgetaucht? Aus während des Krieges? Ich meine, die Dracheneingriffe waren definitiv heftig genug, um das Gelände selbst zu verändern, also kann das durchaus sein. Was heißt hier Fragezeichen? Du weißt genau, dass das die Knieverzänke ist. Sie ist schon so lange nicht mehr da lang gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo hin sollen. Was ist, ich versuche mir ja der linken anzuhalten. Da habe ich ein gutes Dokument bei. Ich wäre recht rumgelaufen. Immer rechts an der rechtenめine. Da 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 da. Hier so da in der runter. Dann haben wir dieses so hübsche Füßchen hier, dass wir mitnehmen können. War mal in dem Tigel dran, ja? Bei uns fehlt nur... Der von Zawin, und der ist... Da ist ein Tegel! Sieht so aus, oder? Ja. Soll ich doch leider rechten Wand lang? Kunst, wenn du möchtest... Geh mal bitte gucken, weil mir wäre nicht klar, dass da ein Tegel in der Hauptgeschichte war! Ich mein, es sieht zumindest aus wie so ein Tegel! Richtig! Wir sind neugierig. Jo, wir sind neugierig. Neugier vor Attacke! Nicht? Kai setzt Neugier-Attacke ein. Ist sehr effektiv. Yoshi ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Das habe ich doch, ist sehr effektiv. Kommst du denn nicht durch? Nee. Wo ist mein Etna-Punk, wenn ich es brauche? Du bist kein Hirte, du kannst dir das nicht. Aber ja, ich habe das Etna-Punk auch sehr vermisst. Welche Ecke ist das? Warte mal. Wir können doch von oben rum! Ja, aber links kommt ja erstmal das Sternchen. Und dann weiß der Kuckuck, was da passiert erstmal. Wir kommen aber von oben rum! Ja, das auch! Denn wir könnten das irgendwie schaffen! Ja! Das sieht jetzt, wenn die Karte verkleinert ist, auch so wie in die Uhr. Da wo wir hinwollen. So. Mit Weißweckzeugen. Weißweckzeugen! Ja! Wenn du mal die Karte hast, wenn du da jetzt verkleinerst, siehst du, es sieht auch so wie... Wurm und Frucht sieht das aus wie so Kneifwerken, wie diese Zeigenwerkzeuge von so Käfen. Mit zwei Augen dran. Also ich finde, es kann auch genauso gut aussehen, wie irgend so ein langes Wesen, was zwei Öhrchen nach oben hat. Und sich böse anguckt. Finde ich gleich viel süßer. Das ist ein schwarzer Panther, du damit es alle wissen. Was lernen wir aus dieser Begegnung? Schwarze Panther sind kein starkes Wesen. Und Alicia liebt es, um so in der Luft zurückzuhauen. Würgen das nicht alle irgendwie? Nein, Rose zischt gerne durch die Luft durch. Ja! 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 Das hat man gerade gehört noch. Wo hast du gelernt zu kämpfen? In der guten Kai-Schube. Ja. Da lernt man zwar nicht zu verteidigen, aber kämpfen kannst du! Ja. Ich komme! Ich freue mich, dass sich nichts geändert hat. Du haust die Gegend aus meiner Gegend aus! Sie spielt ja auch immer noch Rose! Was sollte sich da auch groß ändern? Glaubst du, mein Kampfstil ändert sich, nachdem ich gesehen habe, wie man Rose eventuell steuern könnte? Nö! Du kannst das, Rose. Ah! Schoto-Rose! Ja, folgen und dann vorher mal abbiegen! Schoto-Rose! Ich kenne Schoto-Matte! Laaa! Nichts wie hinterher! Oh, das ist so gut! Ah! Ein... 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 Ein Tortles! Das reicht von Finstertswert! Ja! Wir haben alles da! Und ein Topass-Swert! Und Finsterts-Rose! Ich habe auch richtig hartes Teug! hier ist das eine große Kuckuck-Bärchen unterwegs. Das ist so gut! Ich bin da drin! Nein! Ja! Was ist das? Ich bin da drin! Ich bin darauf, dass sie mir hinterher kommen. Und wenn er da oben wartet? Wie muss diesen Extremisten hinterher? Der wartet doch auf dich. Nicht mal sprinten kannst du! Er hat den Speicherpunkt mitgenommen! Dieser Dieb! Er ist wieder da. Und wir mussten so anders lang? Aber ich habe das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Los geht's! Warte, Rose! Wenn du es nicht tun kannst, musst du es sicherlich herausfinden. Wenn du mit Selgej anrufst. Das ist nicht so! Ich lasse dich mit Selgej zusammen! Entschuldigung! Entschuldigung, gehen wir. Was? Ich dachte, dass ich noch mehr schlafen werde. Ich dachte, dass ich mir nicht mehr schlafen werde. Ja, das stimmt. Gehen wir. Ist das gut oder schlecht? Zu viel Arbeit hat sie vergessen, die ist schon alt. So langsam wird sie senil. Glaubt ihr keiner, wenn man sie so sieht? Etna, wie alt bist du? Drei in der Quersumme. 1101? 3000? 30.000? Ich habe die Höhle gefunden, kann ich jetzt gehen? Geh! Lauf! Geh, Alisa! Und komm nie wieder! Ja, den Umweg zwar aber gar keinen Raum machen. Ob ich jetzt hier rumlaufe? Oder da rumlaufe? Weil die Artikel wären mir, glaube ich, neu. Aber es hat eine Form wie ein Flügel. Was bist du für ein Flügel? Ein Paradiesvogel! Ich hasse die Flügel! Es ist ein Flügel! Ich hasse die Flügel! Ich hasse die Flügel! Es ist ein Flügel! Es ist ein Flügel! Es hat der Flügel! Ich lebe! Ich bin jetzt hier mit uns! Ich habe noch immer noch ein Flügel! Ich habe noch eine Flügel! Ich bin aber auch ein Flügel! Ich bin nur noch weg, wenn ich gesehen würde. Tose! Und Tose! Lass mich fallen! Lass mich in Ruf! Danke. Tose! Sei doch nicht dümmer als du bist. Es ist schwer, dümmer zu sein als du bist. Ich bin der, ich bin der, ich bin der. In jeder Situation. Auch wenn wir von coolen Paradiesvökeln eingetragen werden. Machst du dich gerade über Rose lustig? Ja. Ich hab mich immer alle lustig. Ich hab beschlossen, dass es lustig hatten. Ich kann ja immer nicht, nicht nur immer gegen Alisha verteilen. Nicht, aber es macht dafür auch schon mal Spaß. Ich mach mich doch auch über Mibu lustig, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Ja, Mibu lädt aber auch dazu ein. Ich bin das nicht manchmal für alle Charaktere. Die haben auch immer für schön ihre Phasen. Aber Alisha legt gerade dazu ein. Oh nein, der Paradies... Oh, der Paradiesvogel! Nee, es ist eine Ruine. Oh. Es gibt keinen Grund, weshalb ich hier hingehen sollte. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ja, auch Donner. Seelenschürer-Fest. Ja. Aber die krieg ich nicht hin. Vergiss es. Steht er bei welchen Anforderungen? Zur Aktivierung bei SA4 im normalen Status. Kreis und S2 während einer 50-Treffer-Kombo oder höher gedrückt halten. Kann nur einmal Programm verwendet werden. Ani, wo willst du hin? Ja, ehrlich, das kann einen sehr leiten. Ich habe mal einiges. Nicht mehr. Es ist von ihnen holt. Ja, die Kamera. Ja, dann merke ich auch, dass ich das mache und überhaupt nicht angehe, weil Ani wieder wegrennt. Fimmert. F secured. Er hat ganz schön reingehauen. Ja, so ein Mammuth. Da kann man halt ein 3-Hauen. Na ja, nicht gleich. Ah, sobald man auch versucht, wie es gleich lag. Würde ich behaupten. Alles gleich lang kurz. Ach ja! Aber kein Kult in die Sorgen wiederzugehen! Es ist leider nicht Sorry! Wo willst du hin? Hier, nicht den Treibsand hoch. Ja, Treibsand? Ach, die haben wir gegen den Drachen gekämpft! Ach ja, lang, lang ist's her! Mit der epischen Musik der ewigen Haftigkeit! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja!